willkommen zurück meine lieben zu einem weiteren part not so berry challenge und ja heute haben wir was ganz besonderes vor der cooper chattet gerade mit dem renovierer mit der firma die das apartment renoviert und mal gucken ob wir gute neuigkeiten bekommen so wie er gerade reagiert sieht das schon mal sehr gut aus aber ich möchte euch auch kurz noch einen kleinen rückblick verschaffen denn ich habe ein bisschen offline gespielt und da sind so einige sachen passiert ich werde das jetzt einmal ganz kurz einblenden zum einen hatte die sherry ja ihren abschlussball hat ihre prüfung geschrieben das war ein bisschen chaotisch aber es hat soweit geklappt und dann hatte ich ja gesagt dass wir ihren geburtstag privat feiern heißt ich habe einen wunderschönen ort ausgesucht wo die sims hingereist sind wir haben einen schönen kuchen gebacken für sie die mindy hat das gemacht wir haben schön dekoriert denn sie ist 18 jahre geworden und ja der geburtstag war wirklich super super schön hier kleine einblicke die ihr jetzt gerade seht das war wirklich total schön und ja heute geht es los wir haben jetzt nur noch ein paar sekunden zeit um ja auf die arbeit zu kommen ich hoffe ich hoffe das klappt dass wir mit auf die arbeit dürfen ja dann lassen wir mal die letzten ca 20 minütchen vergehen kooper ist vielleicht schon recherchieren chatten reed ist älter geworden oh nein sie ist so eine seniorin geworden süße ich hab's überhaupt nicht auf dem plan gehabt mindy hast du noch diese knochen natürlich geben wir eine verjüngerungshappen weil wir wollen ja noch ein bisschen was von unserer süßen haben sie ist so süß als altes öhmchen unsere süße reed und kooper erfährt jetzt dass die arbeiten soweit fertig sind mit dem appartement dass sie rein theoretisch die schlüsselübergabe machen dürfen sich das appartement auf jeden fall angucken und ja wie ihr sie hier schon sehen steht ich habe schon ein paar bilder auch eingefügt ganz am anfang wie die wohnung so aussieht leer mit karton sie haben natürlich schon gewusst dass du noch so ein paar kleinigkeiten zu erledigen sind wir schicken einmal gerade die süße alleine nach hause unser ricky war gerade im bad und hat sich rasiert unser schnucki putz na du süßling und ja die haben schon fleißig sachen bestellt für die einrichtung und ich bin super gespannt wie die zeit wird werden in einem appartement wieder ziehen wir werden natürlich unseren eltern ein bisschen geld da lassen für das was wir halt an umkosten jetzt hatten ach so und ja der kooper hat sich ein neues auto gekauft und zwar in welcher farbe wohl natürlich in seiner lieblingsfarbe unsere reed ist wieder jünger geworden das ist super da ist sein neuer flitzer er hat sich mal was gegönnt und ich finde das sieht so cute aus unser kupi ok kupi ich habe mit ihm seine karriere soweit weiter gepusht wir haben stimmen fertig gesammelt er hat zehn stimmen geholt hat zu level 8 der charismen fähigkeit aber das hat er ja schon sehr sehr lange und ich hoffe sehr dass wir eine beförderung bekommen die nächste beförderung wäre nämlich schon regierungsvorsitzender heißt das ist vom repräsentanten ein mords sprung meiner meinung nach und ja ich bin sehr gespannt so jede sekunde ist es soweit drückt die daumen ob der kooper befördert wurde der ricky wurde befördert ja mann u offizier oder verdeckter operateur okay wir lesen uns das beides mal zu offiziere kennen wir natürlich durch den trevor und damals durch mindy mit stranger weil da mussten wir auch so ein bisschen was mit den offizieren machen und zwar in der offizierlaufbahn verdienst du medaillen und durch läuft militärische ringe der höchste rang ist das ist der des großmarschalls verbessere deine führungsfähigkeiten indem du andere fähigst und deine körperliche fitness perfektioniert kein großmarschall kann von einem ahnungslosen rekruten vom thron gestoßen werden da hätten wir von 10 bis 18 und würden 104 simon uns die stunde verdienen und in unserer zweiten option die des verdeckten operateurs okay das ist cool wir hätten montags und donnerstags frei müssen allerdings an den wochenenden arbeiten auch im bereich des militärwesens über den niemand spricht du musst geheime aufgaben ausführen bei denen du wanzen platziert um ahnungslose sims abzuhören du musst alle verdächtigen verhören du darfst niemanden trauen und jeder führt etwas im schilde du bist der aufgabe gewachsen ich würde sagen wir er würde von 18 bis 2 uhr arbeiten das wäre ja eigentlich perfekt weil wenn die beiden eine familie planen und gründen wäre immer irgendjemand zu hause für die kindern das ist ja eigentlich zupi die dupi deshalb würde ich sagen wir machen den verdeckten operateur wie cool und der cooper wurde auch befördert er wurde befördert er ist jetzt regierungsvorsitzender er verdient jetzt 321 simoleons pro stunde alter schwede cooper schöffelst du eine kohle er hat einen bonus bekommen von 4268 simoleon neue kleidung zum einen und schaut euch mal den ach gott ricky siehst du schnuckig aus okay das sieht schon heute aus da sie dir schon hat aus okay so ich habe mir beide bonus einmal aufgeschrieben und würde für beide 4000 gehalt für den heutigen tag dann später beim auszug mitnehmen ich würde sagen wir legen mal los mit dem auszug wir werden alles soweit schon mal packen und fangen natürlich in unserem zimmer an was ja ich bin bisschen traurig muss ich gestehen dass wir ja das zimmer wieder aufgeben aber es war ja wirklich nur vorübergehend geplant aber ich freue mich auf die kommende zeit ich hoffe du natürlich auch und er hat hier eine luftmedaille bekommen ok ich würde sagen wir porten euch damit die folge nicht zu lang wird einmal hier ins zimmer kupski bitte öffnen wir brauchen nämlich bilder wobei ich würde sagen wir machen hier nur items rein die wir somit nehmen und die bilder packen wir ganz normal ein wir nehmen alle möglichen sachen mit die wir mitnehmen dürfen natürlich die tasche bilder nehmen wir natürlich mit außer hier die die können wir nicht mitnehmen ich glaube das ist eh leer das bild aber hier haben wir noch zwei drei bilder einmal die kopfhörer dann platzieren der ricky packt auf jeden fall seine medaillen alle ein ich kann es immer noch nicht glauben dass es los geht ich freue mich schon sehr okay pack mal hier deine kopfhörer ein wir werden die deko zum größten teil verkaufen dass die sims mehr im haushalt haben und der kub packt seine kiste wieder ein und jetzt werden wir einmal hier das zimmer ein bisschen leer machen und wirklich nur das nötigste da lassen was man so braucht die wecker verkaufen wird das verkaufen wir die bilder die pflanze das können wir leider nicht mitnehmen hier die deko verkaufen wir noch weil wir haben ja trotzdem unser gästezimmer noch zu hause und können dementsprechend natürlich dann auch wenn wir zu besuch kommen hier in diesem zimmer übernachten deshalb lassen wir den rest zu stehen hier könnte man beste freunde werden und sagen hier süße wenn irgendwas ist natürlich können wir mit der sherry plaudern du kannst jederzeit vorbeikommen wo ist unser schatzehlein da ist hier oben in der baderann ok müssen wir dann noch später noch runterholen das ist so ein zweiter abschied aber wir sind ja nicht aus der welt aber es ist trotzdem trotzdem irgendwie ein abschied wenn man von zu hause erneut auszieht man wir sind ja schon aus gezogen aber mussten wieder zurückziehen ja koops ich glaube du bist zwar sehr happy und sehr krokett weil du dich freust dass sagt es war eine schöne zeit ihr könnt uns jederzeit besuchen kommen aber wir werden jetzt unsere sieben sachen packen und uns dann auf den weg machen in unser neues leben abschnitts kapitel neues appartement neue möglichkeiten und ich finde der treffer sieht so süß aus mit seinem neuen bad wir verabschieden uns jetzt von allen der warwick die minty hat auch schon umarmung gekriegt dann kriegt unser brüderchen noch eine umarmung und dann werden wir die lola einmal bisschen knütscheln denn die reed wird uns mit begleiten die reed ist ja die katze für den cooper sieht man ja an ihrer musterung und die wird diesmal mit uns ausziehen das konnten wir damals nicht als wir in die uni gegangen sind und er sagte kleiner man wenn was ist melde dich bei mir ich helfe dir ich werde zu deinem pfadfinder treffen kommen ich weiß gar nicht wie weit ist er denn bei seinem pfadfinder pfadfinder stufe 3 schon pegasus pfadfinder wird er dann beim nächsten beförderungslevel nicht schlecht er ist total okay unangemessenes verhalten beobachte weil unangemessenes verhalten beobachte alles hat seine zeit und seinen ort aber eines solches benehmen von den augen eines korps korrekten sims ist ist einfach verabscholung okay kuba okay ich weiß zwar nicht was was sein problem ist aber okay dann knudel jetzt mal die lola na komm ich hab dich lieb gib ihr dann noch mal ein leckerchen und der reed natürlich auch unser siehsüße wir machen uns gleich auf den weg und dann beginnt ein neuer lebensabschnitt für die beiden ich glaub's immer noch nicht dass wir das jetzt angehen nach vor allem er hat seinen anzug an und seine latschen das sieht so lustig aus haushalt verlassen und umziehen haushalt umziehen lassen ein haushalt verlassen und umziehen sie rufen sich jetzt ein taxi das die restlichen sachen fährt der ricky fährt mit dem cooper sein auto mit den letzten paar kisten und der cooper fährt mit dem taxi und der kleinen maus ins neue zuhause wir nehmen unsere süße reed mit wir nehmen unseren ricky mit und wir werden das meiste geld bei der minty und beim travel lassen das haus tun wir so als wäre das dann mit einem teilchen abgeziehen wir nehmen uns nur 10.000 simoleons mit ricky uns read und unseren cooper wir ziehen aus ich kann es noch nicht glauben dass wir jetzt unser neues zuhause einziehen werden ich hatte auch schon eine kleine überraschung vorbereitet was die kleine maus betrifft und zwar werden wir in san mai shuno wohnen hier im 10 blick 701 so wir werden natürlich möbeliert einziehen wir haben schon drei grundstücksmerkmale die wir angezeigt haben wir haben eine wochenmiete von 700 simoleons das hält sich wirklich in grenzen und das schöne ist soweit ich mich daran erinnern kann es sind keine komischen grundstücksmerkmale vorhanden wie beim ricky seiner alten wohnung deshalb werden wir jetzt sagen wir ziehen das appartement ich werde euch eine klitzekleine führung geben aber das meiste seht ihr ja sobald wird dann aktiv spielen also wir haben hier unsere eingangstüre wenn wir reinkommen haben wir wirklich einen klitzekleinen flur wo die süßen ihre taschen hinstellen können ihre jacken hinhängen dürfen mit einer uhr damit sie wissen wie viel uhr es ist hier haben wir dann direkt schon das badezimmer unten wir haben welche trockener und waschmaschine die handtücher hier ist dann waschbecken und welche wirklich nichts spektakuläres und dann kommen wir auch schon in den großen großen anführungsstücken das ist nicht so ein großes appartement aber für die beiden schon sehr groß hier küche auf jeden fall schön natürlich in coopers farben gehalten und unser essbereich mit wohnzimmer genau also ich finde es total süß wir haben hier bilder ich wollte mich ja mehr versuchen daran die bilder zu machen wir haben hier noch freie wände damit wir bilder schon hinhängen können und ich finde es bisher wirklich sehr sehr schön wirklich so in diesem schwarz rot gehalten was halt zu den beiden passt und natürlich werden wir kinder auch in dem haushalt haben deshalb haben wir ein bisschen für die kinder schon vorbereitet und ich würde sagen wir huschen jetzt eine etage hoch da sind die schlafzimmer das büro der beiden sie werden sich ein schreibtisch teilen hauptsächlich ist der für den cooper weil er in der beziehung auch einfach von zu hause ein bisschen arbeiten kann und der ricky auch aber der hat ja dann eher so mal sparen leute befehligen in der beziehung genau also wirklich total süß wir haben hier schon so ein kleines säuglingsbettchen wir haben hier das badezimmer was oben ist das hat eine schöne bad duschbadewanne ich sehe ich habe hier ein item vergessen zu platzieren wir haben hier die toilette und hier ist unser waschbeckenbereich mit kommode hier haben wir ein paar items und ich zeige euch diesen raum jetzt noch nicht das ist nämlich das kinderzimmer das hat uns aber bisher jetzt noch nicht so groß zu interessieren wir haben hier bilder wir haben auch einen kleinen balkon worauf ich mich sehr sehr freue und hier ist das zukünftige schlafzimmer der beiden und ich finde es so schön es ist so schön geworden muss ich wirklich sagen ich finde es super wir haben sie da auch noch so einen sessel wo sie ihre anzugjacken drüber hängen können ein paar pflänzchen der kleiderschrank ist die karte unten ist tiefsfach leer und wenn wir dann einmal hier wieder rausgehen haben wir den kleinen feinen balkon kupa ist ein stadtmensch der war nie so dieser landmensch wobei ich ja ganz gar nicht dieser stadt bin wenn ich mir wenn ich hier wohnen würde ich würde glaube ich die krise kriegen vor allem hochhaus auch wenn der blick ausblick wunderschön ist ich bin mit der höhe nicht so einverstanden wir haben hier hauptsächlich für die kinder schon das gemacht wobei ich glaube generation 2 darf nur ein kind kriegen heißt wir wissen irgendwann wird die kleine zu uns kommen und ja ich zeige euch jetzt einmal noch den grundriss so dass ihr genau wisst wo was ist ganz kurz und dann würde ich sagen legen wir auch los die beiden dürfen sich ein bisschen umschauen hier seht ihr jetzt schon das kinderzimmer natürlich hier ist das schlafzimmer der beiden hier ist das badezimmer hier ist unser beiköntchen ich freue mich auf die schöne zeit jetzt hier drinnen und hoffe dann doch dass ich meine motivation ein bisschen zum spielen wieder finde ich würde sagen sollen wir zu hause was kochen sollen wir vielleicht freunde einladen oder wir machen ein treffen erst mal allein und werden um eine verabredung bitten ich glaube wir machen es so erstmal wir werden unseren kooper um eine verabredung bitten und so unseren einzug hier in unsere wohnung feiern wir werden irgendwo schön schick essen gehen dann nach hause gehen noch einen film schauen und einfach die zeit zusammen genießen und so read ist natürlich jetzt dieses stadtleben gar nicht gewohnt die konnte die ganze zeit raus ich hoffe ihr gefällt es dennoch sehr sehr gut wir haben hier einen nachtclub eine karaoke bar wir haben hier eine bar ein kaffee ein park wir haben hier gar kein restaurant und da haben wir unsere verabredung oh ricky du hast kein oberteil an fällt mir auf oh du hast gar kein oberteil an schätzelein okay dann müssen wir mal gucken wir ziehen uns auf jeden fall schick an so kalt ist es noch nicht draußen ja irgendwie hängt es gerade wir kriegen keinen tisch zugewiesen aber die beiden haben sich gerade schon so einen romantischen schmatzer gegeben wir werden noch mal hier ein bisschen flirten und rose geben und sagen hier mein schatz wir haben es geschafft wir haben uns jetzt eine eigene wohnung geholt und ich freue mich so auf dieses date heute abend die schöne zeit die wir genießen werden uns machen werden und ich hätte jetzt gerne einen tisch bitte okay nach einer gefühlten ewigkeit ich habe jetzt das date abgebrochen haben wir jetzt endlich unseren tisch jetzt haben sie uns hier hinten in der ecke gesetzt bekommen wir werden jetzt ganz schnell auf jeden fall für den tisch bestellen und dann werden wir einen romantischen abend zusammen verbringen die beiden ich meine der ricky ist vegetarier sie werden sich auf jeden fall hier ein glas wein für den fall gönnen köstliche speckblüte honig süße frucht charaktur das ist für vegetarier ich würde sagen der ricky ist das da und unser kupi wird das essen und dann werden wir uns einen wunderschönen romantischen abend zusammen machen und werden einfach mal ein bisschen die zeit genießen unsere beziehung wieder aufleben zu lassen und ich finde die beiden einfach so 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 cute zusammen die sind wirklich so ein herz eine seele genau bestellt mal euer essen dass der kellner bescheid weiß und die küche ebenfalls und kooper wird natürlich auch ein bisschen hier ein kompliment mal hat sich über beide ohren in ricky verliebt und will auf die knie fallen bist du damit einverstanden verloben oh mein gott damit habe ich jetzt nicht gerechnet neue beziehungsdynamik liebende mit einer gesunden beziehungsdynamik führen häufiger romantische freundliche oder lustige sozial interaktion aus und liegen einander sehr am herzen ja oh leute ich glaub's nicht oh mein gott oh mein gott oh mein gott es geht los oh mein herz es springt mir aus der brust leute damit hätte ich jetzt nicht gerechnet bin ich ganz ehrlich ich nicht so ganz oh mein gott jetzt heiraten jetzt verloben die sich einfach schaut's euch an und er sagt ja oder ja oh sie haben sich verlobt oh koopy ich glaub's ja nicht zu sein oh mein gott mein herz mein herz flippt mir aus der brust koopa fox und ricky haben offiziell eine beziehung so dass ihre romantische zufriedenheit sorgt dafür dass es viel einfacher ist die beiden sind verlobt leute könnt ihr es glauben oh mein gott das ich glaub's ja nicht ich glaub's ja nicht ihr macht mich fertig okay wir müssen das profil mal angucken ei nein also sie sind verlobt haben eine gesunde glückliche romantische beziehung sind sehr gut kompatibel sind seelenverwandte und von koopa zu ricky ist sehr angezogen und eine zufriedene beziehung in der hinsicht der ricky ist noch am testen das ist aber auch vollkommen okay aber schaut's euch an in den armen von ricky geschlafen angenehme kompatibilität haben sie beide und sie sind beide schwer verliebt oh mein gott dafür dass koopa eigentlich sprunghaft ist merkt man da noch nicht so ich würde sagen wir gucken mal dass wir hier eine klitzekleinigkeit dem ricky schenken und sagen mein schatz ich freue mich so dass wir jetzt in unsere gemeinsame wohnung eingezogen sind und unser eigenes leben jetzt starten oh so süß ja er sagt schau ich bin so glücklich mit dir ich denke die ganze zeit an dich du möchte ich möchte mit dir bis mein an mein lebensende zusammen bleiben ich kann mir vorstellen mit dir wirklich in die zukunft zu blicken es ist so süß so so süß einfach cute schön 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 oh ich kann es aber noch nicht glauben jetzt haben die sich verlobt sie sind einfach verlobt der koopa hat es gemacht krass einfach krass dann setzt euch mal wieder hin ach Gott Leute könnt ihr es glauben ich kann es nicht glauben die beiden sind verlobt ja dann müsst ihr mal hier ein paar zukunftspläne machen würde ich sagen smalltalk lerne ihn nochmal kennen sag Schatz das kam jetzt so spontan von dir aber ich freue mich so dass du ja gesagt hast und dass du mich auch gefragt hast und dich getraut hast du bist die liebes meines lebens ich hätte mir keinen anderen mann an meiner seite vorstellen können auch schaut mal wie schön das essen aussieht lecker 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 lasst es euch schmecken ihr zwei ricky hinsetzen meine sims und sich beim essen hinsetzen das ist so eine sache könnt ihr es glauben dass die folge doch so ein ende genommen hat ich hatte eigentlich wirklich nur vor gehabt dass wir schön romantisch essen gehen zur feier des tages habe auf die beförderung gehofft vom cooper dass der ricky jetzt auch befördert wurde ist wird es natürlich noch besser die beiden sind in ihr neues heim eingezogen werden dann auch bald nach hause gehen wenn der ricky fertig ist mit seinem was macht er hier frage von cooper anhören was 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 über bindungsangst reden ja das ist ein thema das steht noch immer im raum das ist nicht weg also das ist auf jeden fall noch nicht weg wir werden hier noch mal ein flirt versucht machen um die liebe wieder so ein bisschen runter zu kriegen wir werden unseren tisch bezahlen auch wenn wir jetzt wirklich nicht lange hier im restaurant waren zahlen wir die rechnung schon mal und ja die beiden haben sich einfach verlobt könnt ihr es glauben ich nicht ich denke man merkt das auch ich bin total baff vor den kopf gehauen aber wir werden uns jetzt noch einen schönen romantischen abend zu hause machen sobald die rechnung bezahlt ist okay ich wollte eigentlich gerade nur einen katzenklon ja ein futternapf für die kleine maus hinstellen aber wir haben hier voll das komische zeug hier drin keine ahnung warum wir kriegen nur für das buch was aber das ist ja in dem sinne egal wir brauchen jetzt ein bisschen was für unsere kleine maus und dann werden wir uns einen romantischen abend zu zweit machen können wir hier auch ein bett für die katze reinmachen ich glaube nicht zu voll leider wir stellen das katzenklo jetzt erstmal hier in den raum rein weil ich jetzt aktuell noch keine andere möglichkeit sehe das zu platzieren hallo süße wie gefällt es dir denn bei uns im neuen zu hause sie macht sich auf jeden fall schon sauber ja die folge ist doch besser geworden als ich dachte ich hätte nicht gedacht dass der koopa ja diesen schritt mit dem ricky gehen möchte und ja die beiden sind jetzt verlobt und wir können das thema hochzeit angehen aber auch mit der kleinen mausi mit seiner tochter das thema so ein bisschen angehen er weiß das ja nicht wir hatten ja beim letzten in der letzten folge mit ihm auf jeden fall das gespräch mit molly die beiden haben sich jetzt getrennt dass sie das eigene leben führen kann keine auf irgendwelche hoffnungen warten muss ja und ja jetzt ist das dabei rausgekommen bisher gefällt es mir total gut mit der wohnung wir werden nach dem film noch ein romantisches techtel mächtel machen wie geht's unserer klein bisher ist ihre zufriedenheit okay sie singt halt gerne das ist aber nicht schlimm darf sie ja ich bin heute sehr gespannt was du zur folge sagst ob sie dir gefallen hat unser film ist fast zu ende zur hälfte in der gruppe muss auf toilet ich ziehe das mal so ein bisschen nach oben ich finde es so schön dass die sims kuscheln können beim fernseher gucken das ist so schön wenn die kuscheln können jetzt geht's aber wieder von vorne los ne ja ja unser ricky schatz unser ricky 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 schatz ne schätzelein hätte man nicht gedacht oder also ich bin sehr überrascht über den cooper dass er trotz bindungsangst diesen riesen schritt gemacht hat das hätte ich ihm nicht zugetraut bin ich ganz ehrlich und das war ja eine entscheidung von ihm selbst also ich habe ihm da nicht irgendwie beeinflusst sondern wir waren einfach romantisch essen und es hat einen funke gegeben ein riesigen und ja dann würde ich sagen kannst du im bett schon mal warten kannst dich hier schon mal entspannen bis der kub fertig ist der macht sich jetzt auch noch frisch und dann werden wir noch ein romantisches tächtel die möchtel machen bevor wir dann die folge beenden und ja ich bin sehr gespannt wie es dir gefallen hat ich hoffe es hat dir soweit gefallen ja nächste woche ist meine geburtstagswoche wir wäre ich habe am mittwoch geburtstag am 9 10 möchte mich hier bei den sims leuten die hier bei diesem let's play reinschauen auch noch mal riesig bedanken für die ganzen kommentare für die likes für die aufrufe dass wir so potenziell nach oben wachsen sind nicht mehr viel und dann haben wir sogar die 500 abonnenten schon geknackt und ich würde sagen bevor die jetzt hier ihr eigenes ding machen ich weiß nicht genau was sie vorhaben ja nächste woche gibt dann eine guild wars zwei woche da gibt es ein geburtstags special ich habe geburtstag am 9 10 und es wird auch eine eine reine not so berry woche wird es auch geben es gibt eine familie winter und auch eine familie thompson woche wir fangen mit guild wars an und da muss ich mal gucken wann genau wir dann weitermachen das wird nicht alles im oktober hinhauen da da habe ich leider nicht die kapazität zu vielleicht machen wir im november dann weiter mit familie thompson das schlängelt sich dann so durch aber ich habe es auf jeden fall vor ich werde das nicht vergessen und freue mich da auch schon sehr drauf auf jeden fall gibt es dann nächste woche nur guild wars 2 heißt für die sims leute geht es dann erst übernächsten freitag wieder weiter ich weiß nicht bei wem genau wir sind aber bei john ok auf ein neues jetzt tächtelt schon ihr zwei turteltäubchen wir wollen das zum abschied und dann habt ihr morgen eigentlich der ricky hat morgen und der kooper auch um 8 uhr geht jeweils los ok auf jeden fall hoffe ich sehr dass es dir soweit gefallen hat die beiden lassen die bettdecke noch so ein bisschen krachen und weihen ihre neue wohnung ein ich bin sehr sehr gespannt und freue mich auf die zukünftigen abenteuer die wir hier erleben werden die eindrücke erfolge wie gesagt wir haben hier schon für unser zukünftiges kleines mäuschen das zimmer heißt ich verrate jetzt schon mal sie wird irgendwann zu uns kommen nur wann ist die frage ich habe es noch als kleines toddler beziehungsweise säugling eingerichtet wir schauen dann einfach mal wann es dann soweit ist und ja dann würde ich sagen verabschieden wir uns ich hoffe es hat dir soweit gefallen wenn ja würde ich mich selber ein like ein kommentar und ein abo von ihr freuen wenn du ganz neu sein solltest dann vergesst auf jeden fall dazu auch nicht die glocke damit du keine videos mal verpasst dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen tag und würde sagen wir sehen uns bis dann ciao ciao wunderschönen 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 Untertitelung des ZDF, 2020